Wir ekeln vor diesem Tinten kletzenden Säck rum! Voll über das schlaffe Kastrankenjahrhundert! Das kann ein kleiner Gedanke sein, der schon im Widerstand ist. Wir kommen nur mit Gewalt gegen die Gewalt an, die uns permanent angetan wird. Warte mal, wann wieder fährt dir denn bitte Gewalt? Du kriegst doch praktisch alles in den Arsch geschoben! Du kriegst doch kein Zeichwort und sing the way to get it on! Ja, so eine Sache für drei Plätze ist einfach, dass unsere Welt gerechter wird. Also, dass Geld einfach gerecht aufgeteilt wird. Das kann man zum Beispiel auch schon mal beantworten mit dem Grundeinkommen. Dieses System wird sich nicht auf friedliche Weise durch ein besseres ersetzen lassen. Den Kapitalismus abschaffen, alles darunter lohnt sich nicht. Wir entwickeln den Päden von diesem Blast. Der Kapitalismus ist einfach nicht möglich. Vielen Dank.